Russland hat am Donnerstag ein Dorf in der östlichen Region Donetsk in der Ukraine angegriffen und dabei drei Menschen getötet und vier weitere, darunter ein Kind, verletzt, teilten die Behörden mit. Das Dorf Rutskischne, etwa 25 Kilometer von der Frontlinie entfernt, war das Ziel der Angriffe, gaben die regionalen Staatsanwälte auf Telegram bekannt. Den ersten Daten zufolge nutzten die russischen Truppen das System SMERCH, um Angriffe mit Streumunition durchzuführen, erklärten sie. Unter den Verletzten befindet sich ein 14-jähriger Junge, der ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Angriff wurden vier Häuser, Autos und eine Gasleitung beschädigt, berichteten die Behörden. Russland führte über Nachtraketen und Drohnenangriffe durch, die die Energieinfrastruktur in vier Regionen beschädigten, erklärte das nationale Energieunternehmen Ukronerho am 20. Juni. Neben Donetsk wurden auch die Regionen Venezia, Dnipropetrovsk und Kharkiv angegriffen. Die ukrainischen Luftstreitkräfte berichteten, dass Russland die Ukraine am 20. Juni mit neun Raketen und 27 Drohnen angegriffen habe. Das ukrainische Militär erklärte, alle Drohnen und fünf Raketen abgeschossen zu haben.